Also ich denke, man kann beide Spieler nicht miteinander vergleichen. Robert Lewandowski ist absoluter Weltklassespieler als Stürmer, Zentrumstürmer. Er hat eine enorme Qualität, gerade im Strafraum und ist für uns wirklich einer, der für Tore garantiert, aber natürlich auch Tore vorbereitet. Messi ist über die letzten Jahre mit Abstand der beste Fußballer und ich glaube, er ist ein Ausnahmespieler und ich weiß nicht, ob es so einen Spieler jemals nochmal gibt.